die Mieser hast du Furchtbarkeit für die Mieser alter wurde mich verarschen Nieders auch kein Bruch für die Mieser Nennerin das Problem ist meine Arbeiter Mocken gerade voll auf weil ich anscheinend nichts mehr zu fressen habe das ist gerade voll für den Arsch wie viel kostet ein bisschen mehr so ein Ding alles klar dann ja nicht mal mein Schiff voll mit hatte ich muss ich muss noch mal eben hier ein vor Ort und nie wieder fisch Nenner 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 ich finde es eigentlich schade dass es hier bei 207 bei 2070 nicht mehr diese diese Fischgründe gibt wie bei 1701 zum Beispiel das finde ich irgendwie ein bisschen schade das fand ich immer cool Fischgründe ja 0 anscheinend ja das keine Furchtbarkeit für Dings 0 ich ich nie was ist das so was ist das denn gesagt das ist Ruhm Lizenzen ich habe 109 Lizenzen bekommen aber wofür? ja weil du Dings in den Quest abgeschlossen hast ja ist schon klar aber wozu brauche ich Lizenzen? im Ernst jetzt äh dann das ist so das ist so eine zweite Währung halt so anderes Getränke Tee ich brauche noch mehr Tee okay ihr wollt also noch mehr Tee haben? könnt ihr noch mehr Tee haben wenn ihr wollt? äh na hm ich baue euch nochmal diese komischen und das war die strategische Karte individuell bauen von Dings Gemüserute nämlich die jetzt mal ey ich werde da auch hin von mir Gemüse holen ne? äh wir können aber nicht zusammen eine Insel bewohnen nein aber ich werde bei dir Kau Insel äh Dings kaufen Veganer City und Terratown also wenn das das ist das müsste eigentlich durchaus machbar sein da lade ich Dings aus das müsste definitiv machbar sein eigentlich da lade ich Gemüse aus nein ich kann leider nix tun um eure Situation zu verbessern da ihr Scheißfotzen ja unbedingt so viel fressen müsst Mann die sind echt dumm das ist das noch mal richtig neue Gebäude zum Baubereich Alter endlich hab ich endlich kriege ich wieder voll die krassen und so fukroostiger voll über voll uber super super Schmerzwerk? welches Schmerzwerk? wo ist denn hier ein Schmerzwerk? Kupfermine ich brauche eine Kupfermine ach da kann ich noch büde wollen alles klar ja ja das Leben kann du müsst jetzt ungefähr auf dem gleichen Stand sein ja ja ich frage mich nur gerade wo diese Wette in diese Scheiß-Ei-Wegfallschmiede ist oder was auch immer da gerade angehalten wurde Arbeiterwohnungen 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 Aktivität ach ich weiß weil die Konzerthalle bis dahin nicht reicht also vom Einflussgebiet her wo ist denn hier eine Eisenschmelze? Energieknappheit Energiemangel Lübs ach ich müsste jetzt aber diese komischen Energiedinger wieder bauen können kosten die denn 1 1 1 50 2 Euro 50 2 50 2 50 Schöntiger 52 Kästchen Bescheidungsnichtiger nicht eher bescheiden Schöntgen bedürzt schaust Sie Schardensschmerzen ich schaute ich schon all die st Tasche Schöner Schalke ich bezüglich die Scheiße Stille Dispatz du um Bosse schief gelaufen meine Mama macht Essen was so wie auch die gleiche 5 und bloß jetzt haben wir geil ich bin ich bin 202 für heute nicht rum weiter wenn ich weiterleben kann es dann nimm nicht hin in den Strick er aber nervt mich die mir auf die Eier hier ist diese Scheiße hier ist es scheiß Schmelzberg Granulat Prozent so dass es nicht hier die Klinik-Kanulat gestellt die bei seit Abbaustelle die sich die Augenblick mal Augenblick mal ach das sind diese komischen Beseitgewinnungsdinger hier die nicht funktionieren okay also alles wieder er träumte man von einer saftig grünen Wiese einer bis zu rüsten drüben niger City ja das bin ich wie mache ich Handelsgruppen du weißt ja da wo diese zwei Hände sind neben der Spitze Zicke daneben da die strategische Karte und so diplomatie ja und dann muss halt neue Handelsroute machen und dann alles eintragen und kürzelt mal Kommandokonsole oder was Registrierungsdatenbank ein Fuhrpark-Mussions-Ranking da ist nichts zum guten Tag Herr Gitarre IP Herr das steht hier nicht so steht nicht davon jetzt wie jetzt fiel mir an alles und jedem ich komme an die ich gehe auf Diplomatie die Menü ne ich muss das auch zu Verkauf anbieten damit du das kaufen kannst ja ist schon klar aber wenn ich das nicht wenn ich auf Diplomatie verkehrt dann passiert da gar nichts sie sind daneben das ist die Tische Karte alles klar alle Handelsroute ich muss unbedingt das Erkenntnis kraftwerk bauen aber ich muss ich brauche ich brauche Sushi Nussi ja das mache ich ja Bierkost vorbiegen Jocki Sushi ich bestelle Junge macht doch einfach Sushi Rute ich hab dir jetzt Gemüse Rute genannt aber Sushi Rute ich hab dir jetzt Gemüse Rute genannt aber Sushi Rute Stationen Stationen hinzufügen ist schon Gemüse drin Penis Town keine Waren gewählt weil ich muss doch glaube ich Penis Town einfügen als Erststation oder? das ist egal du musst halt einstellen dass ein Penis Zorn ausgeladen wird und dann in der anderen Insel eingeladen ok weiter würde aber du kannst ja nicht muss man eben zum Verkauf freigeben ich habe nicht zu verkaufen er musste das machen steigert das eigentlich da musst du das aber machen kein benötigt hier ich habe jetzt nicht wäre mein Gemüse ist für mich einmal allein zu dilemma Result zu Wies du bräuchte für den bau von diesen scheiß ich ja guck mal ein schiff kommt dir mal du hast für gemüse aber du hast noch reiz für dieses komische sushi das wird auch meine eigenen so abgebaut angebaut durchgebaut durch gebaut aha ich kann reiß kann ich auf meiner eigenen warte mal eben ich bin gleich wieder zurück in der aufnahme bis gleich ich spiele einfach mal durch er macht das noch mal weiter weil ich mich gerade wie viele bürger habe ich eigentlich schon also angestellte habe ich also bevölkerung 700 angestellte und noch 144 arbeiter das heißt eben mehr die das alles ein bürger das bürger das sind die bauern die bauern die bauern die bauern nicht sagt du dir immer älter bauern hahaha hihihi nimmst weiter auf oder ich nimm die ganze zeit weiter auf lücher ich lücher nein im moment was so und der ich spiele mit wieder von der party mit aufgefallen ich kann auf meiner eigenen insel sogar reis anbauen nur seltsamerweise nutze ich das nicht fragt mich warum jolo ja jetzt so jolo digga so jetzt brauche ich glaube ich von diesen brauche ich hier reis warm reisplantage hey warum kann ich es nicht bauen ach ich brauche zwei holz ja das erklärt mich so ein wald braucht dafür nehmen wir mal einfach mal den da und direkter quasi dran ne holzproduktion ich habe überhaupt keine stürme was ist das denn das ist liebe hier ist ein roboter wo bist du denn was du bist ein roboter der im baum fällt ihr habt eine holzstation ich habe schon zwei gebaut das sieht ja aus wie bei ähm avatar diese dinge ja das kann gut sein ich sehe die gerade nicht ich bin nicht schlecht Herr Specht nicht schlecht ich bin nicht schlecht oh alter warte mal eben warte mal warte mal ey Udo oh Junge weißt du kann mich denn ich weiß was ich mal um und beschäftigt man was gehört es gehört Leute ein das geht nicht weiter bei mir dauern schreibt mich irgendjemand dann und deswegen stelle ich mich immer beschäftigt so und dann sind wir zurück in der Aufnahme bei Let's Play 2070 mit Terra LP und Deck Phoenix 98 hallo alle 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 oder wir machen einen Aufgang mit der Ehe so wie die Wagen ich darf den Namen nicht aussprechen ähm weißt du wie ich meine wenn ich sage unsere Klasse V Punkt und Prozent so wie die sind nicht ganz nett die die ist er netter als Manuel es ist im Namen aber die immer weiß wer es ist bis zu sparen ich sie ja habe ich mal nur gesagt ich weiß natürlich Prozent er fährt ich auf ich guck es zu tun naja was soll ich ja wie kippen einfach die Namen aus wie gesagt denn das habe ich schon mal versucht das ist schlecht und in der Welt dann dass wir sind sind sie die Kanäle wie uns Prozent so ist so was war mir später 20.000 Abonnenten haben die da noch einmal gucken ach egal fand die Kenntnis dann sind wenn das passiert denn es sich in Wien ihr habt gehört Leute 20.000 Abonnenten kann man natürlich jetzt ist es nicht anders und jetzt ist er denn diesen frisst hier hat es gehört Prozent ich meine natürlich auch eine aus ein aus zu kam und seit stammen zu was er hat er verpieselt hier weiter durch diese scheiß Baumproduktion fortführen ich brauche ich hätte ich habe im Warentepot 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 Prozent sowieso wieder mega viel Holz Aachen waren aber nicht ein wie auch das Holz ich muss nämlich Blockheizkraftwerk machen wie viel Energie würde das dann bringen noch kaum das ist ja super warte 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 ich habe wo maximale Bauzellen das ist sehr gut 20 Werkzeuge okay das ist in Ordnung drei Granulat aber warum läuft das hier nicht weiter ich meine die Baumschule läuft auf 104 Prozent so aber das Sägewerk auf null frage ich mich warum mutest du dich eigentlich die ganze Zeit ja ich müde mich nicht das wird einfach nur nicht ja das hat sich aber so an als würde ich muten ich mute mich nicht ich bin schon richtig genug das kann auch gut sein also ich habe guten Fortschritt finde ich nur dass ich die ganze Zeit verhandeln muss damit ich jeden Scheiß bauen kann oh Gott alter 70 Strom bekommen nicht krass krass man fehlende Farmfelder leck mich als Maul ich bin nicht was nervig was 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 das hast du jetzt nicht oh das habe ich dann kommst du mit einem blauen Auge noch mal zurück dein nächstes Mai aber nein bitte tu da ach das ist ne ach das ist die Baumschule quasi der wachsen Bäume und daneben pack ich dann diese siehre damit das auch wo kommt er da und ich weiß es ist ein Lachen gemacht ja ich dachte das Sägewerk ist zur Weiterverarbeitung einfach dass du quasi die Baumschule gegenüber machen kannst und dann waren halt keine bei einem Einflussbereich kein Wunder immer schön die Effekte durchlesen wie bei Yu-Gi-Oh so oh alter ich 20 70 ist komplizierter als ich dachte so jetzt kann ich jetzt habe ich endlich wieder Strom für alles ich dachte lol lol ja hab ich auch gerade gesagt terra fine 0 terra